Und damit herzlich willkommen zu einem neuen Info-Video. Hallo liebe Zuschauer, ich mache das jetzt hier einfach mal kurz, weil ich nicht weiß, wie lange ich Internet habe und so. Und zwar wollte ich nur ankündigen. Es kam gestern kein Watch Dogs Video raus und es kam gestern auch kein The Night of the Rabbit Video raus. Das liegt daran, Watch Dogs hatte ich nicht mehr in Aufnahme im petto und The Night of the Rabbit konnte ich nicht mehr veröffentlichen, weil mein Internet gestern abgeschmiert ist. Ich habe mich momentan mit Telekolumbus verständigt. Die wissen noch nicht, woran es liegt, machen gerade einen Kerncheck bei mir und ich sollte das spätestens morgen hoffentlich in den Griff bekommen haben. Ich kann allerdings auch nicht Watch Dogs aufnehmen, da Watch Dogs ja mit Internet funktioniert. Das heißt, ich kann momentan weder aufnehmen, noch hochladen. Ich hoffe, dass ich es täglich schaffe. Also gestern die The Night of the Rabbit Folge veröffentliche ich heute noch schnell. Und ansonsten hoffe ich, dass es keine weiteren Störungen mit Aufnehmen gibt. Ich habe ja The Night of the Rabbit vollständig aufgenommen, habe auch noch genug Minecraft Let's Plays. Watch Dogs wird also jetzt für die nächsten, ich glaube für diese Woche vielleicht ausfallen, ist mir noch nicht ganz klar. Ich habe ja auch in zwei Tagen Prüfung, deshalb hätte ich wahrscheinlich morgen nicht mehr dazu kommen, das aufzunehmen. Genauso wie übermorgen. Und ich hoffe, dass ich dann am Wochenende aufnehmen kann und ab nächster Woche geht es dann wieder weiter mit Watch Dogs. Tut mir leid für alle, die sich da gefreut haben. Dragons Profit gibt es natürlich immer noch. Doch da haben wir euch noch genug Folgen. Und ja, es wird demnächst noch ein größeres Infovideo rauskommen. Das ist so ungefähr 20 Minuten lang. Das wollte ich schon vor drei Tagen veröffentlichen, aber da bin ich auch noch nicht dazu gekommen. Deswegen, also man sieht sich. Ach wie Derchi, ich wünsche euch einen schönen Tag. Nehmt es mir nicht übel und äh... Keine Ahnung, geht ins Schwimmbad, es ist warm. Bis dann, tschüss. Bis dann, tschüss.